Wie stellst du dir die Zukunft der Medienbranche vor? Was für Chancen oder Risiken könnten da entstehen? Es ist natürlich heute schon so, dass vieles getrackt wird und wir immer mehr digitale Fußabdrücke hinterlassen. Ich glaube, es wird aufgrund der Digitalisierung und neuen Technologien immer schwieriger, die Privatsphäre aufrechtzuerhalten. Also ich glaube, da ist ein Problem, dass die Privatsphäre sehr stark darunter leiden könnte. Und ich glaube, in diesem Spannungsfeld müssen sich auch die Medienunternehmen dann messen lassen und konkurrieren lassen.